Er kommt wieder mit Hammerfraust und blocken mit dem Unterarmblock rechts. Leiten weiter, einmal im Kreis, bringen jetzt die Stolzspitze wieder auf die Schulter und jetzt verschließen er mit dem Ellenbogen über seinen Ellenbogen. Und wenn wir ihn ein Stück zurück transportiert haben, geben wir den Hebel nach vorne und lassen ihn rollen.